hallo leute ja wir sind hier in unserer hütte ich bin zurück gelaufen und hab schon das gepäck alles ausgeladen glaube ja so ist es aber hier also das unsere platte ok bus panzer ist alles passend wir wollten jetzt hier schauen wie wir weiterkommen und ja eigentlich wollen wir mal was zu essen machen das ist auch so ein problem glaube nach aufwerten ist da nichts wir brauchen rohes rohen fisch um das hier herzustellen hier wäre mit mischung gesund das wäre gesundheit 50 plus das ist ja schon richtig cool schadensgesundheitsgeneration minus 50 ausdauer generation plus 100 ok das wäre jetzt nicht meins ich hätte das umgekehrt lieber gehabt dann dauert 20 minuten wahrscheinlich heilkraft 2 hp den tick beerenmarmelade künstliche mischung aus himbeeren und blaubeeren gewicht 1 gesundheit 14 ausdauer 40 also er heilt mit zwei tic schneller vielleicht sollten wir mal himbeeren und blaubeeren haben und was war das mit dem meter habe ich noch nicht darauf geachtet himbeeren blauen und honig müssen wir mal gucken aber da brauchen ja reichlich von man wahrscheinlich wenn man beides machen wollen ja ja mal zähne und da mal 18 und hau mich immer 32 das war es erst mal gucken wir was wir davon machen können ihr guckt logo dann gehen wir auf den großbildschirm und kochen so bärenmarmelade hätten wir nicht genug für also wenn wir das eine machen da sind die ganzen himbeeren weg aber das wollen wir auch gar nicht machen wir wollten ja die bärenmarmelade machen und die medmischung das war es nicht ne welche war das denn jetzt diese ah aber der löwenzahn war da noch in der hütte drinnen ne den hatte ich jetzt nicht gesehen dann nehmen wir den auch noch gerade raus und gucken nochmal ja stellt sich mir gerade die frage ob das dann auch anbrennt ne 50 gesundheit ich stelle das jetzt erstmal her dann wäre jetzt hier ein teller voll gut jetzt fehlen uns hierfür auf definitiv die himbeeren und der rest wildschwein dörrfleisch wäre auch honig und dörrfleisch dann brot hier nur das wildschweinfleisch das hört sich eigentlich gut an oder was tickt denn das andere hier 15 15 ein tick und das waren zwei tics na ja da steht es ja das hat aber auch zwei tic und das hat auch zwei tic und das hat 23 23 also das wäre ja das fleisch davon ok das würde das mit der ausdauer etwas ausgleichen wäre jetzt aber nicht so interessant für mich glaube oder allerdings sind es da 20 minuten und das andere sind 30 minuten ja und der pilz wäre 15 den auszutauschen gegen das wäre natürlich vorteilhafter ne fisch war nix die beerenmarmelade wäre mit zwei tics auch da und die hat aber ausdauer nee das wäre jetzt nicht meins ich glaube wir lassen das mit dem teller erstmal gut sein und sammeln demnächst noch ein paar himbeeren und so damit wir das dann auch haben das können wir hier reinlegen erst und dann haben wir dieses essen das können wir dann benutzen gut dann ist das schon mal geklärt ist hier noch was drinnen kommt schon ja dann fehlt holz die kohle da haben wir nichts mit dann können wir nichts rein tun aber wir können hier was rein schmeißen dann geht es da auf jeden fall weiter ok ist voll hier hätten wir noch sechs mal erz kohle haben wir auch noch fünf mal die lassen wir dann hier drin aber hier ging auch noch einer rein dann schmeißen wir den da wieder rein wie viel ist denn hier schon drin ok da haben wir einiges noch bronze haben wir zu wenig wahrscheinlich da ist jetzt noch was rausgekommen was wollten wir hier machen aufwerten wäre die weinschiene dafür brauchen wir bronze wo ist denn die weinschiene das hier qualität 1 ja stufe 1 steht da ja auch da brauchen wir holz und bronze für die achse brauchen wir bronze und leder die ist auf 1 wäre schon besser wenn wir die 2 hätten genauso wie die spitzhacke lassen wir uns das mal gerade checken holz war da ich glaube das war kernholz oder mach das mal da rein und wir müssen hier noch was mal gerade rüber nehmen kriege ich das alles getragen du trägst zu viel ok und komme ich da hin und das klappt dann noch ja stellen wir erstmal fünf mal bronze her so jetzt hat er wieder energie ne das ist auch krass jetzt können wir auch einen flug herstellen ok dann können wir was anpflanzen dann kriegen wir auch essen ne wir können jetzt die bronzen und beiden wir wollten aber eigentlich schauen dass wir die spitzhacke zum beispiel aufwerten ja dann bauen wir schneller ab auf jeden fall ne ich glaube ich mach das das haben wir schon erledigt so wir können jetzt keine bronze mehr herstellen oder bei uns sind nägel nur es fehlt uns hier kupfer aber kupfer kommt da vielleicht gerade raus oder aha stellen wir nochmal her füllen wir gegen jetzt nicht auf einmal jetzt ist da wieder was weg achso jetzt ist kein kupfer mehr da hier hat man nur noch die nägel ist da hinten noch was in der truhe ja können wir eigentlich alles gucken dass wir das da rein kriegen was keine gegenstände wahr werden können das ist gut und da ist nochmal feuer drinnen so können wir noch was machen bronzenägel können wir herstellen so aufwerten wären noch die beinschiene rüstung wird es 10 ergeben hat jetzt 8 aber mir wäre es lieber wenn wir die bronze axt aufwerten ne da haben wir 4 und leder fehlt uns wir haben aber nur 3 bronzen na super kann ich jetzt noch eine bronze herstellen das wäre cool ja so das heißt wir haben jetzt 4 und das reicht jetzt für die axt aufzuwerten wenn wir dann das holz haben oder ja leder leder war glaubt drin der erste kiste oder und dann aufwerten die axt passt die kann auch 50 ne 45 schlitzen 50 ist der nächste ist die nächste stufe das ist schon mal auch gut sind bei uns haben wir uns auch besser bewaffnet und da geht schon wieder was aber nur eins oder jetzt hätten wir noch ja den flug der wäre noch interessant aber dafür brauchen wir 5 bronzen da ist aber nicht mehr so viel dran er glaubt oder doch da kommt noch ein bisschen was raus aber ich weiß nicht ob das alles das passende ist ich glaube das war es erstmal wir müssen definitiv gucken dass wir mehr kriegen die bleiben da die nehmen wir nicht wieder mit das war schon mal einmal falsch so das holz kommt da hinten hin das war hier und das leder kommt nach innen leder war da ich glaube das richtige leder mit nächste frage doch wir hatten das richtige mit wir müssen es nur so rum legen dann passt es auch ne so blauer himmel sind wir soweit erstmal gut dran oder ja wenn wir lange genug warten aber ist kein feuer mehr drin aber wäre noch material da ja das heißt wir müssten wahrscheinlich holz haben und dafür kohle machen stopp kohle war doch hier auch noch drin oder nicht ne dann müssen wir da erstmal füttern das war 29 ok die Bienen suchen so ich gehe mal davon aus dass die Bienen sag schon was geht hier los der Wald bewegt sich super kriege ich das jetzt hin pfeil und bohren ne ich glaube das kriege ich so nicht hin ne das ist aber schwierig jetzt hier ich glaube ich habe noch nicht einen getroffen von denen ne ja wie machen wir das jetzt am schlauesten da hinten ist auch noch einer und irgendwann sind sie sowieso durch oder ich habe noch nicht eingetroffen ne ich habe noch nicht einen getroffen ne ja das wird nichts auf jeden fall auf jeden fall müssen wir natürlich hier erstmal was nehmen ne wie das kann ich jetzt nicht essen oder was das ist ist jetzt erstmal egal ich muss erstmal aufleveln die stehen jetzt alle da draußen ich nehme die Achse in der Hand ich laufe mal schnell nach hier hinten und gehe durch die Tür durch und gucken mal dass wir einen einzelnen vielleicht kriegen ok ok das sieht jetzt gerade wieder nicht so gut aus schlecht wenn der Wald sich bewegt ne und ich keine Energie habe und ich keine Energie habe ja machen wir wieder Rundlauf jetzt haben wir 25 ok der ist großer hinter mir jetzt habe ich 35 ok ok 35 nur noch 25 oder 26 das ist nicht so gut hm muss man gerade erst Energie sammeln ne ja 41 nicht getroffen das schon mal gut wäre schön gewesen wenn ich jetzt getroffen hätte ne wieso arbeitet der nicht kann er doch oder achso weil ich wahrscheinlich wieder keine Energie keine Ausdauer hatte da unten 34 da nur können wir das mal gerade steigern 44 49 jetzt hat mich irgendwas erwischt aber irgend so ein tolles Gift ich glaube das ist aber schon wieder weg ich glaube das ist aber schon wieder weg ich glaube das ist aber schon wieder weg vergiftet immer wieder vergiftet ich glaube ich habe sie alle oder Schauen wir mal gerade noch, ne, oder? Oder hängt einer noch hinterm Zaun? Glaube nicht, ne? Ja, mir kam es so vor, als ob auf meine Waffe jetzt gerade schon mal ein bisschen besser war. Ja, sieht erstmal gut aus, ne? Ja, jetzt können wir hier noch einen Löwenzahn mitnehmen. Wir haben ja festgestellt, was wir irgendwas zu essen brauchen. Wir haben aber dieses Essen, dieser Teller hier. Gesundheit über Zeit. Und wie esse ich das? Keine Ahnung. Muss fermentiert werden. Okay, ist da noch mal ein Problem? Wahrscheinlich, ne? Gut. Ja, sind wir erstmal eine Runde weiter. Also eine Runde ist gut, ne? Wir sind erstmal ein Stück weiter. Haben jetzt gerade wieder so einen Angriff abgeschlagen. Und müssten jetzt gucken, dass wir hier noch ein bisschen was im Ofen machen. Und ja, dann müssen wir mal gucken, dass wir den Flug mal irgendwann schaffen. Äh... Hier ist jetzt gar nichts drinne, was hier noch, doch da oben die Kohle. Hier war jetzt noch das da rein. Das sind drei von vier, okay. Und dann sind noch ein paar Bären da. Arz. Arz war da vorne. Arz ist hier. Können wir da reinstecken. Und da ist auch Stein. Passt sogar noch. Das andere sind Trophäen und Holz. Holz können wir noch hierbei machen. Dann haben wir nochmal Kupfer. Warte mal, da sind jetzt vier und da sind auch vier. Vielleicht kriegen wir jetzt den Flug doch hin. Ne, da brauchen wir mal zwei von. Okay, dann klappt das doch nicht. Da haben wir jetzt nur zwei und es war nur einer da, ne? Oder? Stopp, da kommt nochmal was. Aber ich glaube, es reicht nicht, ne? Uns fehlt jetzt ein Harz und der brennt nicht mehr. Das heißt, da ist nichts mehr drinne. Gut, das heißt, das raus. Das raus und das raus. Wir haben nur drei, einen zu wenig. Das heißt, uns fehlt jetzt Kupfer als nächstes. Der Rest kommt noch drinne, glaube ich. Der Löwenzahn kann hier unten mit hin. Die Äpfel sind, glaube ich, draußen. Trophäen waren hier, oder? Ja, haben wir die schon, ja. Ja, und da geht auch noch was hin. Warte mal, dann ist das mit dem Essen noch eine Geschichte hier mit dem Fermentieren. Wenn da einer was weiß, würde er mir schreiben, ob ich da noch was mitmachen muss. Aber es sah eigentlich so aus, ne? Und die Bären sind hier drin. Was sind das für? Rechbären sind da. Gut, dann haben wir es erst. Ich würde erst einen Cut machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung abmacht, Heinz, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wie ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf meiner Kanäle teilen. Ich würde mal sagen, ich mache zwischendurch eine Tour, um Kupfer zu kriegen. Und Zinn vielleicht noch. Und das mache ich aber offline. Wir sehen uns dann. Ciao. Ciao.